0 Zuschauer Ok, Moment 0 Zuschauer, sagt er mir Er hat eben ganz kurz angezeigt, dass du live bist und dann warst du live now Warte mal Ja, yes, ok, ich seh dich, ich seh dich, ja Gut, dann mach ich den Boss nochmal Den hat er einen Drink aus vorher Den hab ich schon genommen Aber danke fürs Erinnern Ratten, lenkt ihn mal ab Ich mach schon ganz gut Schaden Ja, das stimmt Ja Ja So, nochmal Drink aus Gut Gut Schaden machst du, der Abgrund macht noch besseren Schaden Oh, mach ich Panicloin Oh, mach ich Panicloin Wieso geht der eigentlich auf mich? Wieso geht der eigentlich auf mich? Jetzt leg ich ihn, jetzt bin ich sauer Was? Das war auch einfach nur dumm Das war auch nur dämlich Ich muss mal sagen, jetzt ist es wirklich nur noch der Skull Jetzt ist das der Skull der fehlt, ja Also das Setup ist schon sehr gut Also wenn man sieht, wie du mit einem Schlag also so viel Schaden machst Stopp So So das Gute ist, ich hab nicht mehr die Blase Anstatt die Rassen gleich zu rufen Nein, ich rette rein Weck ihn auf Warte Ich hab meine 1510 verloren Das find ich gut, weil Die Sache ist, ich hab dir ja die ganze Zeit gesagt, was du machen sollst Ich hab dir gesagt, zu welchem Boss du gehst Welchen du jetzt schon machen kannst Was du machen kannst Und jetzt ist es schon jetzt Jetzt in dem Sinne bei diesem Kampf Übernimmst du ja komplett sozusagen jetzt die Die Führung Und das Resultat sieht man sofort Danke Ratten War auch nicht gleich so War auch nicht gleich so Oh, ich hab eine Trophäe bekommen Und jetzt tu bitte gleich diesen anderen Talisman da rein Dass deine Charge-Attacks stärker sind Ich hab dir das nicht vergessen nächstes Mal So und jetzt geh ich noch oben zum Feuer Habe ich das Feuer aktiviert hier unten? Ja Ja Manchmal ist das Spiel echt überflutet mit Leuchtfeuern Ja Weil ich müsste diese Woche Müsste ich dahin Schlüssel abgeben Und die Arbeitskleidung die ich hatte Ja So, jetzt kann ich an Titelbildschirm gehen schonmal Ja 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 Muss sich Marco den Stream Den Kampf Falls er den nicht gesehen hat Halt auf Youtube gucken Ja oder auf Twitch Oder auf Twitch Oder auf Twitch Ja 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 Vielen Dank.